Dortmund. Ohne Worte, Mann. Bayern ist verdienter Meister. Und soll ich euch was sagen? So respektlos es ist, dass sie kurz nach dem Gewinn der Meisterschaft an die niemand mehr geglaubt hat, die Führungsetage mit Salihamidzic und Kahn rausschmeißen. So krass ist das auch ein Exempel, an dem sich ganz Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden kann. Und warum? Deutschland kackt seit Jahren ab. Wir gehen den Bach runter. Wortwörtlich. Aber die Verantwortlichen, die sind immer noch da. Ein Lauterbach, der uns die letzten Jahre während der großen C-Pandemie komplett verarscht hat. Ein Herr Habeck, der uns in die Armut treibt. Eine Frau Baerbock, die eigentlich von gar nichts seine Ahnung hat. Und ein Herr Scholz, der komplett vergesslich ist und das, was er früher mal gesagt hat oder gemacht hat, einfach vergessen hat. Und solche Menschen sind immer noch an der Macht. Und ich habe das Gefühl, dass sie nicht wirklich gehen wollen. Und wir auch nicht dafür sorgen, dass sie gehen. Und deswegen ist Deutschland, wie es ist. Und deswegen ist Bayern eben auch da, wo sie sind. Und nächstes Jahr sind sie wieder bei aller Stärke. Punkt aus Ende. Macht euch mal Gedanken darüber. Von dem her herzlichen Glückwunsch an die Deutsche Meisterschaft Bayern München. Auch wenn ich von diesem Verein nicht viel halte.